so liebe freunde mal eben geguckt ob die aufnummer läuft es geht weiter bei the forest am selben tag nehme ich noch weiter auf noch eine folge mache ich immer noch mal denke ich mal natürlich wieder meine stoppuhr vergessen sehr professionell heute ist noch ein bisschen der wurm wieder drin so bin immer noch ein bisschen am kränkeln naja ja genau brauchen noch einen weiteren bodenbasket genau und unsere baustelle haben wir da oben kommen wir mal hier raus gekrochen wird ja bald dunkel ne wir haben ja die taschenlampe soll nun heller sein lichtwurf auch heller und breiter breiter auf jeden fall heller ja müssen wir mal bei nacht gucken jemand hatte noch 34 bei mir ist das schon 32 prozent naja gut ich weiß nicht wo unsere was die ex ist so aber ich glaube wir wollen das mal eben noch zu ende bohren doch noch fünfzehn logs na gut hier passen nur elf rein na was heißt nur besser als vorher aber das kriegen wir doch noch hin denke ich mal nebenbei sammeln wir auch sticks liegen ja wenigstens mal ein paar rum das ist doch ein stickbaum hier ne der kann auch nicht schaden so denn ist den hier der ist schön dick paar setzlinge ist auch ganz nett das mit den bären nur 30 stück so ist auch nicht nett manche sachen verbessern sich manche überschlechtern sich wobei das auch immer alles sinnvoll ist ne das komische ding hier langsam wird es dunkel so gucken ob man wieder nicht fänden kann aber man ist jetzt wieder noch am selben tag paar stunden später aber neue session sozusagen wieder diese komischen dinger kenne ich auch nicht okay haben wir acht dinger wieder drauf haben wir so sieben elf machen die extra ne bloß keine zwölf im lockslap bloß keine acht aber der lockslap ist wirklich ein bisschen besser auffindbar damit er nicht verkommt hier haben wir auch gerade kein lockslap lockholder meine ich haben wir gerade nicht deswegen muss ich den hier einzeln und kann hämmern immer wieder hämmern da ach so wie viel braucht ihr denn noch 15 ach so das andere waren auch 15 mit den sticks da da balle ich mir jetzt ein paar ran das feuer lebt noch so leider müssen wir hier wieder raus klären uns ist auch kalt das ist auch nicht gut 20 bären haben wir noch na gut ist egal nehmen wir unser garten hier was sagt denn eigentlich da sagt er gar nicht so viel wir müssen das mal echt aktualisieren so ein bisschen die to do liste das mache ich noch mal die taschenlampe an was sie mal eine an es ist echt sinnvoller wenigstens mal das ist nett so hier noch mal ein bisschen ernten und säen und wie auch immer mehr gibt es nicht kann ich den weghauen kann ich aber dass man das nicht verwenden kann das ist auch doof da immerhin aber aber später muss man die die holzstämme bestimmt auch noch bisschen zurecht schlagen ist auch realistisch habe ich hätte auch kein problem mit dann könnte man das auch verwenden ich sehe nicht wo ich hinfahre fahre ich doch in der falle ne noch nicht war hier nicht irgendeiner ausgelöst jetzt ist wieder richtig ok diese hier ne dachte ich da wäre eine dabei aber ist alles gut vielleicht gibt es bestimmt wieder Ärger hier beim Mondschein kommt leute ärgert mich nicht gleich schon äh wo häng ich hier ach scheiße ach das ist ja super ja toll pünktlich dann zu schlechten Laune kommen die pünktlich dann zu schlechten Laune kommen die ja da ich was so toll gebaut habe sind die Baum schon jetzt verloren zumindest naja vielleicht auch noch nicht weiß ich nicht ob ich da rankommen weiß ich nicht die müssen ja nach da oben ach sorry ach Gott sei Dank das ist stürmisch hört sich aber mega geil an ach komm ach komm noch vier stück ein Baum ok gehen wir mal auf die andere Seite hier dunkle Seite der Macht pfff bin ich denn da gerade lang gefahren über ne Falle sind alle wieder abgehauen die komischen Leute wa ein bisschen Licht in die Bude hier ein bisschen Licht in die Bude hier ach komm ich will nicht nur alles mögliche sammeln ich will noch was ein bisschen was anderes machen heute gut gut das hätten wir schon mal alles ich hoffe wir können gleich pennen eigentlich ich weiß es nicht so gleich gleich ist das Meisterwerk schon mal fertig die anderen Knochen aus der letzten Folge sind natürlich die spawnen auf jeden Fall so wie sieht das hier aus naja alles gefixt nur mäßig aber sonst sieht's scheiße aus wir können hier nicht schlafen wir können nur speichern wir können nur speichern kann man wohl scheinbar doch erst in der nächsten Nacht pennen oder so ich weiß es nicht laufen auch überall Tiere rum ne sondern mehr Tiere rumlaufen da wo die sonst nicht so oft waren anscheinend hier zum Beispiel so das haben wir auch jetzt machen wir mal ein bisschen Feuer naja nein brauchst du noch nicht so schnell da war ich ein bisschen vorheilig Eichhörnchen ist auch bei uns hier eine oder einer lief in eine Falle rein und diejenige kommt hier einfach so rüber random ich knabber mir mal was ab hier ich knabber mir mal was ab hier man Fräulein Mann Fräulein wie aussieht wie aussieht wo ist sie hin ich weiß es nicht wo ist sie hin ich weiß es nicht theoretisch könnten wir auch ein paar effigies bauen ne hm wo ist sie das macht schon mal den Zaun kaputt hier ich sterbe ha 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 zumindest konnte ich sie aufheben diese Zäune ne die müssen wir noch anders machen nur können wir die anderen Dinger das auch abreißen überhaupt ja der will es gerne kaputt machen der will es gerne kaputt machen vielleicht mal ne Keule hier rauf vorne ich habe nur den Zaun kaputt gemacht den kann ich nicht kaputt machen oder was äh die Mod die Mod scheiße da geht ja im Moment nicht hm aber der will das hier mal was probieren die anderen Zäune müssen auch noch abgerissen werden na na dauert natürlich ein bisschen boah man dauert ewig ne ne fangen wir hier damit damit schon an das würde ich dann ganz gerne überall versuchen erstmal die Steinwände und dann darüber die Zäune die Zäune oben drauf aber der dauert natürlich echt ewig ne so das ist schon mal weg hier das Feuer ist jetzt schön kaputt gegangen ja das ist großartig wenn es dann zweimal ausgeht ne was ist denn los was ist denn los tausend Knochen hier was ist denn los die Sticks brauchen wir noch wie viel sind das vier Steine oh man Wir haben hier noch jede Menge Ach, ich hab ja hier Ach, hier wollte ich meinen Stick holen, da hab ich ganz vergessen Komm So Können wir da alles wieder auffüllen So Müssen wir auch wieder dringend auffüllen, bald Oh, das reicht nicht mal dafür, was? Oh Gott Was füllt sich das wenigstens? Ah, das ist ein bisschen Vielleicht zu süppeln mal hier Da klappert mir noch was ab hier Ach, ich trinke noch eine Kohle für die Ausdauer Ah, hier ist das ein bisschen doof Die Folgen, die gehen auch immer so schnell vorbei Es kann ja sein, dass wieder ein neues Update kommt Bei den nächsten Sessions wird es mir bestimmt wieder besser gehen Ich hab grad so ein bisschen Spaß Das ist ja die Hauptsache Vielleicht wird das eine längere Folge, ich weiß es noch nicht, ich mag es sehen Oder ich mach noch eine, ich weiß es nicht Ich wollte hier was ganz anderes machen, bald mal Die Sticks sind wieder voll Steine auch, okay Und das pisst aber auch Das pisst jetzt natürlich auch länger Als sonst Und die Pistole wollte ich das jetzt nicht abschießen So, geht doch wunderbar Die Falle ist übrigens ausgelöst worden Da muss ich wieder richten So Ich bin der Richter So ein Mist Ah, da können wir auch keine Sticks mehr reinpacken Ah, wir brauchen jede Menge Steine Wenigstens gerade ein bisschen Ruhe hier Ist die richtig? Ich weiß es nicht Ich sammle immer gerne was Hier so ganz nett Den konnten wir glaube ich nicht Weg machen Den warum stumpf Warum auch immer Das ist immer sogar seine Schuhe Wir versinken ja jetzt im Schnee Aber wir könnten uns ja Schneeschuhe bauen Hatte ich auch ursprünglich vor Aber Boah, das ging schnell Schau, wird man hier halt abgelenkt Wie das klingt hier Man versinkt, man läuft langsamer Guck mal, wenn man jetzt hier läuft So ein bisschen anders Hm, vielleicht sammle ich da ja auch noch offscreen so ein bisschen Steinchen Mal sehen Mal sehen Müssen wir sowieso noch sehr viel bald machen Ah, Matschebampe Aber wenn die Steinwand da fertig ist, kann ich euch wenigstens mal zeigen Was wird wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sein Was ich vorhabe Damit es vielleicht besser alles funktioniert mit den Nachbarn Was im Sinne Noch neun Steine Und hier passt auch noch so viel rein Ne, pass auf Junge Oder Leute Laufen zwar wieder Leute rum Aber Naja Ich mach das offscreen Und sammle Steine Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Von The Forest Tschüssi 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 Tschüssi